Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei einem neuen Ausblick auf heute mit Songs of Conquest. Wir schauen uns an, was alles der Titel im Early Access am 10. Mai beinhalten wird und gehen ein bisschen darauf ein, was überhaupt das für ein Titel ist, der die große Zeit von Spielen wie Heroes of Might and Magic wieder hervorrufen will mit einem wunderschönen Pixel-Look. Ja, schaltet aber nicht ab nur wegen dem Pixel-Look, es sieht wirklich trotzdem sehr fantastisch aus. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit dem Trailer und schauen uns an, was die Entwickler davon zu erzählen haben, was Songs of Conquest eigentlich sein soll. Die Wielders, adventure waits as you send your Wielders to explore maps filled with enemies, magic sites, treasures, and powerful artifacts. But finding treasure and exploring is only the start of it. You need to invest your riches in both expanding your town and raising a grand army. Because sooner or later, you'll face the enemy in combat. Each turn, your troops generate Essence, a magic resource that fuels and unlocks your spells. Anything from simple buffs to cataclysmic damage deals. In combat, there are many things to consider. Your troops can move, attack, and use abilities, like placing stakes in front of them. Moving to the high ground gives many benefits, but moving away from an enemy lets them attack you. So carefully consider your choices. And speaking of choices, you'll have four different factions to play as in Songs of Conquest. Arleon is the remnants of an empire, now broken up into many warring baronies. Knights are joined in an uneasy accord with the Fae, magical creatures of the woods. Rana, the swamp dwellers, scattered by their enemies. But a mysterious wielder has risen, uniting the folk of the marsh to rediscover their true strength. In the declining barony of Loth, cultists excavate ancient ruins for arcane artifacts. Loth will stop at nothing to bring back its former glory, even if it means bringing back the dead. The wealthy merchant states of Baria employ artificers to keep them one step ahead of their enemies. The volleys of muskets and the roar of the hellbreath bring terror to all who oppose them. Songs of Conquest can be played both in single-player and multiplayer mode. The game has two campaigns and several skirmish maps. And it will also include the same level editor we have used to create all maps and campaigns in the game. We are very excited to show you the game soon and hope you'll join us for the adventure. The game is a little bit too much. Nightmatch gespielt hat schon mal damals in den alten guten Zeiten, in der 90er Jahre, der Action-Rollenspiele, ach der Action-Rollenspiele, der Rollenspiele mit Artefakt sammeln und Heldenverwaltung, der wird sich noch dran erinnern, wir werden eine Stadt haben, die zu vier Fraktionen zugehörig ist, zu denen ich gleich nochmal was sagen werde und ziehen mit unserem Helden halt raus in die Lande, um Artefakte zu sammeln, Gegner zu besiegen, neutrale Gegner, die auf der Karte verstreut sind, die besondere Artefakte vielleicht verteidigen oder Ressourcen stätten, die Ressourcen produzieren. werden oder halt die Gegner-KI, die auf der Karte auch verfügbar sein kann, weil man kann das Spiel auch im Skirmish spielen oder halt auch gegen andere Spieler. Multiplayers wurde im Trailer auch kurz angedeutet, wobei übrigens ein großer Karten-Editor auch mit dabei ist, der zum Release noch nicht 100% fit sein wird, aber trotzdem von den Entwicklern mit implementiert wird in den Early Access, weil sie einfach der Community die Chance geben wollen, eigene Karten zu entwerfen für Multiplayer oder auch für Skirmish, dass man das im Singleplayer spielen kann, weil die KI mit den Karten generell dann klarkommen soll. Dafür gibt es auch ganz viele Dev-Blogs, die sie gemacht haben, um zu erklären, wie die KI funktioniert und wo diese ganzen Herleitungen herkommen. Es gibt einige feste Helden für jede Fraktion, man kann sich auch standardmäßig einen zum Staat auswählen, solange man nicht in einer der beiden Kampagnen ist, die zur Zeit jeweils vier Missionen hat und die Völker, der, ich muss nachgucken leider, der Alion und der Rana bis jetzt beinhaltet. Das sind dann Lieder, so wird das gemacht, deshalb heißt es auch Songs of Conquest und in diesen Liedern beziehungsweise Balladen werden dann Geschichten von bestimmten Helden erzählt in vier Missionen, was deren Geschichte ist. Und ich denke mal, dass auch mit dem Verlauf des Early Access noch zwei weitere Balladen hinzukommen werden, nämlich von den letzten beiden Völkern, die zur Zeit schon existieren, die Nekromanten, die die Baronie von Loth sind eigentlich, und von den Bayer, die so Handelsgilde und Tüftler sind. Wir haben die im Trailer auch gesehen. Auch wenn sie im Trailer vorgestellt wurden, möchte ich nochmal auf die Fraktion hinweisen, und zwar Alion, die typische Fantasy-Ritter-Gemeinschaft, die mittelalterliche Einheiten hat, Bogenschützen, Waldläufer, berittene Ritter, schwer gepanzerte Fußsoldaten, Milizsoldaten, Stangenwaffenträger und so weiter und so fort. Und genau die Wahl für Leute, die vielleicht früher einfach immer gern Menschen gespielt haben. Und auch wenn das Königreich zerfallen ist, heißt das so lange nicht, dass die Truppen der Leute in irgendeiner Form schlechter sind, als die früher im großen Königreich, woraus sich Arleon gebildet hat. Die Rana sind ein Echsenvolk, was ein bisschen abgedrehte Einheiten hat, wie Riesenfrösche, die für sie kämpfen, und generell alles Echsen- oder Forchsoldaten, was ganz wichtig ist. Aber es sind so die, wirklich die Naturverbundenen. Die sind halt im Einklang mit der Natur mehr, leben halt in ihren Hütten im Sumpf, werden dann von anderen als ein bisschen primitiv angesehen, aber sind ja inzwischen auch eine eigene Kultur und auch nicht zu unterschätzen in ihrer Kampfkraft, weil sonst würde das ganze Gameplay ja kippen, wenn irgendeine Fraktion wirklich einen massiven Nachteil hätte. Die Luth, die übrigens im Deutschen dann die Baronie von Luth sein werden, sind eigentlich Nekromanten oder Magier, beziehungsweise eine Mischung aus beiden, man kann auch sagen, Wissenschaftler, sie versuchen die Welt zu verstehen und sind dadurch natürlich auch über die Nekromantie gestolpert, die natürlich sehr hilfreich war, um nicht mit irgendwelchen Menschen großartig zu arbeiten, sondern ja, mit seiner eigenen Arbeitskräfte zu erschaffen, auf Basis von der Beschwörung von Toten. Hat natürlich auch Untote als Helden, aber auch Magier, die Zaubern besser sind, oder es gibt, später kommen wir noch auf die Helden und die unterschiedlichen Fähigkeiten, die die haben übrigens. Als letztes kommt die Baria, die Baria kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine arabische Fraktion, die haben aufgrund von Handel und, ja, von Handelsverträgen und von Forschung und dass diese auch ganz gute Techniker und Tüftler sind, so einen gewissen Anreiz von dem arabischen Frühling, weil sie benutzen halt schon Musketen und Kanonen, haben sich da sehr weiterentwickelt im Vergleich zu den anderen, sind natürlich dementsprechend nicht zehnmal stärker als die anderen, nur weil die mit Schwarzpulver umgehen können, aber es ist halt eine starke visuelle Veränderung zu den anderen Fraktionen, die, sag ich mal, komplett in diesem mittelalterlichen Setting angesiedelt sind und die Baria haben dann zwar auch Lanzenträger und Stangenwaffenträger und Schwertkämpfer etc., alle natürlich so tourbahnmäßig unterwegs, aber haben halt auch Musketenschützen und Kanonen, was natürlich für sie ihre Eigenheit ist von ihrer Rasse her, beziehungsweise von ihrer Kultur und Volk. Was bei der Sache übrigens auch ganz schön ist, ist, dass jede Fraktion hat so eine Art Setting. Also wenn man mit dem Kartennäger ein bisschen rumspielt, merkt man auch, okay, die Alion, ich muss das gerade übrigens leider nachlesen, tut mir leid, wenn ich die Namen immer, sonst sage ich was Falsches bei den Namen. Die Alion letztendlich haben so ein grünes Setting, was halt mit schönen grünen Bäumen und alles ist schön und fröhlich, so richtig, wie man sich vorstellt, wo sich ein Mensch niederlässt auf so einer Lichtung mit schönem Wald drumherum und alles cool. Während die Rana halt das Sumpfgebiet haben, es ist alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen tropisch-sumpfig angehaucht. Es gibt viel Nebel, überall sind so ein bisschen Schwadern. Die Gegnertypen unterscheiden sich dann auch, die man bekämpft, wenn man hier sieht zum Beispiel diesen Tausendfüßler, der hier steht. Und so verändert sich halt das Setting, während das bei der Baronie von Loth, wie wir hier sehen, halt alles in Richtung von, das Land ist halt tot und dunkel und die haben auch komische Konstrukte, wie hier ganz rechts, wie wir sehen können, so eine Zusammensetzung aus mehreren Toten. Natürlich auch die ganzen Skelette etc., was man einfach so von Necromantie dann versteht. Die haben das Land einfach das Leben ausgesaugt, um selbst einen Vorteil daraus zu schaffen. Und last but not least sehen wir halt schon diesen arabisch angehauchten Bereich von den Baya, die so ein bisschen wie Tausend und eine Nacht, das ist eigentlich ein viel besserer Vergleich, sind. Da sehen wir längst oben auch die Mosketenschützen, die da rumstehen. Da ist übrigens einer der Hüter, ein Held, die haben immer einen Banner dabei. Armeen, die so rumstehen, die sind meistens entweder neutral gesonnen, dass man die einfach vom Feld weg rekrutieren kann oder dass man letztendlich gegen sie kämpfen muss, dass das halt Feinde sind. Da kommen wir aber gleich noch zu, wenn wir die normale Karte erklären werden. Hier sieht man übrigens nochmal ganz schön die vier unterschiedlichen Terrain-Settings nach Fraktionen, weil alle natürlich eine andere Heimat haben. Man kann die auf der Karte natürlich verwenden, um das ein bisschen hübscher aussehen zu lassen mit den Übergängen. Es kann ja einen Sumpf geben, der dann eher so ein bisschen in Richtung von Rana geht. Dann kann man natürlich einen Wald mitnehmen, der so eher für die Menschen so der Fall ist und dazwischen noch so ein Todesgebiet, was von den Lot bewohnt wird. Und ich denke mal, dass vor allem der Bereich im Early Access noch wachsen könnte, dass sie ein weiteres Design-Setting machen oder Design-Pattern für eine fünfte vielleicht nur reine Feinfraktion und keine spielbare Fraktion, weil ich glaube, das wäre sogar noch am einfachsten umzusetzen in einem Jahr mit irgendwelchen Spezialgegnern, die halt nicht zu den Kalern gehören, der unterschiedlichen Einheiten und Truppen. Weil ich glaube, da ist noch relativ viel Potenzial, um noch ein bisschen was rauszuholen. Wir wechseln jetzt aber mal auf die ganz normale Gameplay-Karte, um die mal letztendlich zu erklären oder zu sagen, was letztendlich hier drauf zu sehen ist. Wir haben links oben unseren bestehenden Helden mit seinem Level hier unten und mit seinen Magie-Punkten. Es ist so vom System her, man sammelt aufgrund seiner Einheiten, die Magie generieren pro Runden und aber auch Kämpfe und alles mögliche andere Magie-Punkte, die aber auch Boni bringen, wenn wir diese Magie-Punkte nicht ausgeben. Trotzdem schalten die in den Schlachten Unterschiede zauberfrei und die können wir dann halt verwenden im Kampf gegen Feindeinheiten. Hier oben sehen wir übrigens die Reichweite, die wir noch laufen können. Da können wir übrigens den Charakter aufmachen und hier ist unsere Schriftrolle, wo unsere Zauber drin sind. Daneben steht unsere Armee. Jetzt muss man sagen, okay, hier sind nur drei Slots. Wir sehen auch schon, dass es eine Begrenzung gibt für Maximalanzahl pro Einheit. Ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Wenn man so bedenkt, man konnte ja früher bei Heroes of Modern Magic diese Stacks einfach bis unendlich drücken, gibt es immer noch Spiele wie, jetzt lass mich nicht lügen, Hero. Ich glaube, Hero Crest hieß es, was auch rauskam, was so ein bisschen Heroes of Modern Magic in Echtzeit ist, wo man es auch bis unendlich machen kann von den Einheitenzahlen. Aber irgendwann durchbricht man halt dann eine gewisse Grenze, das tut dem Gameplay nicht mehr gut irgendwann. Hier sind das natürlich hier oben nur drei Slots, kann ich euch auch schon sagen. Es gibt beim Level Up die Möglichkeit, sich für eine Skillung zu entscheiden. Und da gibt es Skillungen, die erlauben, mehr Einheiten, also unterschiedliche Einheiten in der Armee zu halten. Also die Armee vergrößert sich mit der Zeit mit dem Leveln des Charakters auf Basis entweder von Ausrüstungsgegenständen, die dieses Level erhöht, oder vom Charakter selbst, der halt die Skillung macht, dass er mehr Truppen halten kann. Alternativ kann er sich auch verstärken und dadurch die Einheiten, die in seiner Armee drin sind, noch verbessern. Sehen hier übrigens die Hüter auch rumstehen. Das ist jetzt nicht der Hüter, der gerade ausgewählt ist, sondern der hier unten. Und wir haben hier auch ein Dorf, also eine Stadt gerade, die von den, ja, Baria ist. Alle Städte sind übrigens upgradebar und man kann halt natürlich vor Ort rekrutieren. Wobei es so aussieht, man verlässt nicht so, wie man von Hero of Might Match das kennt, die Karte. Also es geht halt Menü auf, dann kannst du das Upgrade hier machen, dass die Stadt neue Bauplätze bekommt. Und das sind dann hier vorne die Bauplätze. Ich lösche übrigens einmal alles weg, damit das ein bisschen sauberer wieder wird. Also das wäre ein Bauplatz, das wäre ein Bauplatz, das wäre ein Bauplatz, das hier und das hier. Und diese Bauplätze kann man dann mit Gebäuden besetzen. Hier oben ist übrigens auch ein Bauplatz, ein größerer, den wird man auch mit einem Gebäude besetzen. Und das macht man komplett alles auf der Karte. Also es gibt nicht dieses, ich lade mal eben rüber auf die Stadtansicht und dann baue ich da irgendwas rein, sondern die Stadt baut sich wirklich so auf der Weltkarte auch auf. Also man kann eine Stadt eigentlich, wenn man die Gebäude kennt, identifizieren, was drin ist, bevor man reingegangen ist. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache im Vergleich zu früheren Home-Titeln. Also im Vergleich zu Heroes of Might and Magic, weil man direkt alles sehen kann. Man kommt nicht aus der Landkarte raus und ich finde das einen ganz schönen Menü-Trick. Menü-Trick ist vielleicht auch das falsche Wort. Es gibt, so wie bei Heroes of Might and Magic früher, überall Items auf der Karte, die zum Beispiel hier, kann man Stein finden, da wird man ein paar Items finden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist nur ein Feuer. Hier sind auch wieder Ressourcen, die man einsammeln kann. Dann gibt es hier sowas wie so einen kleinen Höhen-Eingang, da könnte ein Kampf hinter sein. Es gibt Events-Bereiche, die man besuchen kann oder wo auch Kämpfer auf einen warten können. Es gibt Truppen, die auf der Karte rumstehen irgendwo, wie jetzt hier links, die man bekämpfen kann häufig. Es gibt aber auch Events in der Kampagne, wo Truppen aus dem Wald rauskommen und solche Geschichten, wo man dann, ja, die bekämpfen muss. Also es kommt relativ viel auf Kampf immer an. Die Geschichte erzählt sich auch meistens so, dass man halt rumrennt und irgendwo taucht was auf und dann führen die halt einen Dialog. Da verlässt man die Karte übrigens auch nicht, sondern kriegt halt Textfelder eingeblendet. Hat halt was auch mit der Größe des Teams zu tun. Da macht man halt nicht eine riesige Sequenz. Ist alles halt einmal so drauf fokussiert, dass man dieser Hauptmap nicht so viel verlässt. Außer man kämpft natürlich und ist im Battle drin. Links unten Minimap muss man jetzt nicht großartig erklären. Die Ressourcen, das typische Gold ist da, Steine, Holz, Garn oder ja, Stoff kann man es nennen. Müsste jetzt übrigens gerade, habe ich mich nämlich gerade vergessen, das müsste Eisen sein und halt sowas wie Kristalle. So, soviel zum Grundinterface. Hier sehen wir übrigens schon die Forschung, Truppenübersicht, Städteübersicht und einen Marktplatz, der hier noch ausgegraut ist und Shed, weil man kann das Spiel ja Multiplayer spielen. Hier unten ist übrigens auch das Ende der Runde. Da, wo mein Kopf voll ist. Aber soviel eigentlich zu der Hauptkarte, um das mal ganz kurz runterzureißen. Jetzt kommen wir einfach mal in die Battle-Geschichte rein. Was ist eigentlich, wenn wir im Kampf reinkommen? Im Kampf werden wir dann mit so einem Fenster konfrontiert. Es wird alles Hexer, mit Hexerfeldern aufgebaut. Wir haben im Menü schon gehört, beziehungsweise im Menü, im Trailer, dass es einen High-Ground-Vorteil gibt. Also Bogenschützen von höheren Orten, wie hier zum Beispiel, können zum einen weiter schießen, machen auch mehr Schaden. Ob die jetzt bis dahin schießen kann, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ist schon ein ganzes Stück. Das können wir auch direkt wieder löschen. Keine Ahnung, warum ich so doof jetzt hier rumzeichne. Und es ist halt eigentlich sehr gut und sauber. Ich bin ja ein Interface-Fetisch-Typ. Wenn das UI gut aufgebaut ist, kann ich mich da reinlegen, mich drin rumwälzen und danach darf mich das noch verprügeln, solange es will, weil es einfach gut gemacht ist. Und hier finde ich übrigens sehr geil, weil das Interface wirklich super aufgeräumt ist. Du hast unten die Übersicht der Einheiten, welche gerade dran ist, welche als nächstes dran ist. Total ordentlich. Siehst, wann die Runde hier unten endet. Wann Runde 4 anfängt, dass es wieder von vorne losgeht. Es kann ja auch sein, dass durch Zauber etc. die Initiative von Einheiten hoch und runter geht. Bewegt sich halt, greift es an. Alles cool und super. Ein paar Einheiten haben halt Spezialfähigkeiten, die im Fernkampf eingesetzt werden. Oder halt, wie ich gesagt habe, Armbrustschützen müssen halt eine Runde nachladen. Es gibt Einheiten, die haben halt gewisse Blockfähigkeiten. Wenn Einheiten übrigens an anderen vorbeilaufen wollen oder von Einheiten weggehen, kriegen die einen Free-Hit. Das bedeutet, du kannst halt letztendlich Feinde binden an dich, indem du halt Nahkampfeinheiten an die Rand stellst, weil sobald die weggehen oder an dir vorbeilaufen wollen, hat deine Einheit halt einen freien Schlag zur Verfügung, um die anzugreifen. Das finde ich übrigens immer eine ganz gute Nummer. Das sind Sachen, die zum Beispiel bei Ja, zuletzt Worm die denn gefehlt? Ich habe es gespielt. Mir fällt es leider gerade nicht ein, aber es hat mir letztens bei einem Titel total gefehlt, dass diese Möglichkeit existiert. Links haben wir übrigens die Zaubergeschichte, da haben wir ja schon ganz kurz drüber gesprochen. Wir sehen auch immer das Level des Helden, auch vom Gegnerhelden und welche Magiepunkte er zur Zeit hat. Hier sind unsere Magiepunkte und auch ganz cooler Clou, den ihr aber erst sehen werdet, wenn ihr das Spiel selbst spielt. Zaubersprüche. Es gibt einmal die Zauberspruchrolle, die voll ist mit Zaubersprüchen. Aber auch zig Zaubersprüche, die können ja gar nicht gerade wirken, weil die Ressourcen gar nicht da sind. Also haben die Entwickler sich gedacht, wie machen wir das eigentlich noch cooler, oder wenn du einen gewissen Bedarf hast, beziehungsweise, ja, sagen wir mal, du kriegst jetzt einen von den Gelben und einen, zwei von den Lilanen und kannst auf der Basis zwei Zaubersprüche wirken aus deinem gesamten Pool von Zaubersprüchen, wird das automatisch hier in diese Schnellleiste reingefügt. Das geht bis acht Zaubersprüche runter, ist nicht mehr ganz so erfolgreich, dieses System, wenn du total voll bist mit Mana-Punkten und dann natürlich theoretisch mehr zaubern könntest, als hier ist, aber so für mal eben schnell ein Zauberhaus jagen, ohne, sag ich mal, groß im Zauberbuch rumsuchen zu müssen, ist das total super. Man kann diese Leiste auch manuell machen, dann werden die Zauber auch angezeigt, wenn man gerade nicht alle Mana-Punkte dafür hat. Aber ich finde dieses System eigentlich ganz cool gelöst und gut gemacht. Sie haben übrigens hier unten auch die Möglichkeit, einen Block zu machen mit dem Ritter und nicht anzugreifen oder den Zug einfach zu überspringen und weiterzugehen. Und das ist halt schon das Battle-Interface. Es ist super simpel gehalten und eigentlich total cool, weil es nichts gibt, was, sag ich mal, dich irgendwie großartig aufhält, wo du lange drin rummodeln musst oder dich ewig mit aufhalten musst. Deshalb geht das einfach tempomäßig zehntausendfach plus. Das, was noch am längsten dauert, ist halt einfach, wenn eine Einheit von A nach B rennt. Ist schon alles sehr cool. Also mir hat es sehr gut gefallen, bis jetzt auch im Anspielen. und da kommt schon ein richtig coole Spiel auf uns zu nach fünf Jahren Entwicklung von den Entwicklern, weil es sind wirklich fünf Jahre vergangen, seitdem die angefangen haben damit und jetzt kommt es am 10. Mai endlich in Early Access. Ich glaube, die freuen sich in Ast, wenn das gut ankommt und das wird es. Wollen wir auch einen kurzen Blick auf die Helden machen? Nochmal im, also jetzt gerade haben wir hier die Situation, dass sich zwei Helden ihre Truppen eigentlich tauschen wollen. Da sehen wir übrigens auch schon, was ich schon erwähnt habe. Man kann theoretisch auch mehr als drei Truppen haben, nämlich bis zum vier, fünf, sechs, sieben, acht, sind neun. Ich hatte nämlich jetzt fast acht gesagt. Deshalb habe ich es nochmal schnell nachgezählt. Aber was eigentlich hier wichtiger ist, wir sehen halt schon mal das Equipment. Also man kann halt einen Helm tragen, Rüstung, Hand, also Waffe, Handschuhe, Schuhe, das sieht auch aus wie Handschuhe. Sagen wir, es ist noch ein weiterer Rüstungsslot. Wahrscheinlich ist das Talisman oder Artefaktplatz. Könnte auch Ring sein. Und hier unten haben wir nochmal ein paar Artefakte, die wir benutzen können, was auch immer die Goldene Gans bewirkt. Das wird wahrscheinlich ein super Effekt sein. Aber wichtig hier an der Seite sind übrigens die Modifizierer. Da können wir nämlich genau sehen, wie die Truppe verstärkt wird aufgrund unserer Artefakte oder aufgrund einer Skillung von uns. Skillung wird es jetzt noch nicht sein, weil wir ja letztendlich hier keine, also wir sind ja Level 1, dementsprechend hat die noch keine Entscheidung getroffen durch ein Level Up, was die bekommen. Was dann aber ganz witzig ist, weil die hat einfach eine gute Artefaktausrüstung beziehungsweise Equipmentausrüstung aus Inventory voll, aber es ist natürlich nur ein Beispielbild. Hier kann man übrigens auch unterscheiden zwischen alle Modifier, zeitlich begrenzte Modifier oder Modifier, die aufs Equipment zurückzuführen sind, was man halt trägt. Wichtig hier ist übrigens auch noch die Werte, die hier drin sind. Wir haben halt einen Angriffs- und Verteilungswert. Es ist so wie bei vielen anderen Heroes of Might & Magic ähnlichen Spielen, dass der Angriffswert den Truppen zugerechnet wird. Genauso wie der Verteilungswert verstärkt die Truppen in der Armee. Die Bewegungsreichweite hat was mit der Übersichtskarte zu tun. Also das ist die Bewegungsreichweite. So viele Felder kann die halt gehen in einer Runde und es gibt auch eine Sichtreichweite, weil es gibt natürlich Fog of War auf der Karte, den man natürlich durchdringen muss und da ist natürlich hier dann die Sichtweite von 8. Da gibt es natürlich dann auch wieder Items, die das verbessern können und so weiter und so fort. Aber ich finde vor allem diesen Trupp-Modificator ganz gut, weil man dementsprechend die Armee passend zum Helden zusammenbasteln sollte und kann. Und auch aufgrund von seinen Inventory-Entscheidungen seine Armee wirklich verstärken kann. Spürbar. Und nicht nur so, ach, jetzt mache ich wieder zwei Damage-Punkte mehr, das ist ganz nett. Aber ich habe ja 500 Einheiten schon in irgendeiner Gruppe und deshalb merke ich davon eh nichts mehr, weil ich schon total overpowered bin. Und das, denke ich, ist eine ganz große Stärke bei Songs of Conquest. Durch die Limitierung der Einheiten auf eine gewisse Menge und halt diese Modifikationsgeschichten, die ein bisschen greifbarer sind als bei Heroes of Mighty Magic früher, finde ich. Und das bringt halt mehr taktische Finesse und macht das auch ein bisschen interessanter wahrscheinlich für den Multiplayer, weil du hast keinen, der, sag ich mal, komplett wegrennt von dir plötzlich. Sag ich mal, in der Stärke. Natürlich, irgendwann passiert das sowieso in jedem Spiel, kippt das irgendwann mal, aber es kommt halt relativ viel auf diese Modifikationsgeschichten auch mit drauf an und wie man seiner Armee passend zu seinem Charakter halt zusammenzimmert. Ja, soviel zu den Helden an der Stelle. Jetzt kommen wir eigentlich noch zu einer coolen Sache, nämlich es gibt ja schon von Anfang an einen Level Editor. Dafür spielen wir jetzt nochmal ein Video ein, weil die Entwickler den Level Editor selbst vorstellen und auch sagen, dass der basierend ist auf, ja, es ist halt der Level Editor, den sie auch selbst benutzen für den Aufbau der gesamten Kampagne. Hey, guys. Today I want to talk to you about the Level Editor. It's obviously one of the most important tools for our design process. We have recently done a lot of changes to it and a lot of improvements. One big thing is that you don't have to use a specific tool to select different objects, but you can just click them in the editor. It might seem like a small thing, but it's a huge quality of life improvement for our game designer, Karl. And here you can see Patrick using the Fog brush, which is basically a brush where you paint fog on the adventure maps. It can be a great tool to just create that mysterious effect when you have a specific place in the map where you want the player to just feel a little bit eerie or, you know, kind of get a hint that something interesting is about to happen here. And then I just wanted to show you how the Firefly brush or the Firefly effect looks in the game engine. and this is one of those things we added to really build the mood. We think it adds just a little bit of magic to the game. And then finally, I just wanted to show a really old video. It's all the way back from 2019 where Patrick kind of shows off how the rendering of the tilesets looks from a 3D perspective. so it's not necessarily something that has to do with the level letter that you guys might enjoy seeing as a part of the whole work in progress thing. And that's it for today. Hope... Yeah, it's really fascinating. They have very many videos on their channel where they tell about how this process was in the last 5 years to develop. What super interesting is that they really AI-Test-Geschichten built on, where they just 2D-handgemalte Figures with a name on the name on the screen to get a game together the AI to improve. And also the Werdegang of the Graphics as well. Because früher they had no, not a Graphiker and then he found a Grapiker and then he found someone who from his work and he recruited for his Spieleproject. And so it was going to do. But it is now about the Map-Editor and not the Lali-Fali for the release. He has been not 100% perfect for the Endnutzer. There will probably have many feedbacks come. But what is what what is will geteilt with the Community and bewertet will in Spiel can geteilt neue Karten herunterladen um skirmish zu spielen oder multiplayer und everyone will bawa- Karten bauen um gegeneinander zu spielen. Man kann ganz viele Sachen benutzen und editieren. Das hat man übrigens hier gesehen auch bei den und so weiter. Es gibt so ein paar vordesignte Geschichten, die man reinsetzen kann, um natürlich den Editor einfach zu halten. Man kann halt die benutzen oder man kann halt ganz viel auch rum verändern. Aber ich finde auf jeden Fall, das ist ein ganz cooles Tool, was sie da mitgeben, was viele Entwickler überhaupt nicht mehr machen, weil das ist dann immer so ein bisschen Butter vom Brot. Nehmen wir, ach, ich will doch selbst neue Kampagnen und Karten und so veröffentlichen. Da will ich doch nicht irgendwie Map Editor geben. Also ein ganz großen Lob, großes Lob an die Entwickler, die das noch mitmachen. Weil so ein Tool dann auch noch zu verwalten und den Leuten den Support dafür zu geben, dass sie, sag ich mal, ihre eigenen Sachen dann sharen können, ist nicht mehr zeitgemäß, muss ich dazu sagen. Das macht halt keiner mehr. Oder nur noch sehr wenige. Vor allem so ein zugängliches Tool. Es ist wirklich zugänglicher als viele andere Sachen. Es gibt aber zur Zeit noch keine Tutorials dafür. Das muss ich noch dazu sagen. Es gibt keine Tutorials, weil es immer noch nicht 100% fertig ist für den Endnutzer. Aber wie gesagt, es ist eine schöne Dreingabe. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende vom Video von Songs of Conquest. Der, würde ich sagen, Erbe von Heroes of Might and Magic, was ja leider keine weiteren Teile mehr bekommen hat. Was schon am 10. Mai jetzt in den Early Access geht. Ihr könnt es auch wieder bei Instant Gaming kaufen und ich hoffe, ihr seid gut informiert nach diesem Video und wisst genau, was das für ein Spiel ist und ob es euch jetzt interessiert oder nicht. Lasst ein Like da und einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr natürlich Kritik habt oder Anmerkungen zu diesem Videoformat. Bitte auch in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über euer Feedback und wir sehen uns dann in meinen anderen Angespielt oder Ausblick auf oder vielleicht noch was ganz anderes, was demnächst kommen wird, wieder. Lasst ihn aber auch da, falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Tschöle, euer Imperator. Und ja, wir sehen uns dann Und ja, wir sehen uns dann